Jan, die sehr ungewöhnliche Situation hier gleich zum Jahresauftakt. Training mit den Störchen. Wie ungewöhnlich ist es für dich? Das ist ein bisschen komisch, weil man das so nicht kennt. Man muss dann so angehen, also ich bin so angegangen, dass es ein normaler Arbeitstag ist und habe dementsprechend auch nicht viel gefeiert. Und ja, dann steht man hier. Muss man sich wohl dran gewöhnen. Auch in der nächsten Saison soll es so sein. Keine Winterpause. Die Winter-WM steht an. Aber zurück zu den Störchen. Du hast das letzte Tor im Jahre 2020 getroffen. Die Fans hoffen natürlich, der Janni macht da weiter. Ja, hoffe ich auch. Ich bin gut drauf, denke ich. Ich fühle mich gut. Bin fit. Klar, müssen wir da weitermachen. Es wird ein schwieriges Spiel und ich hoffe, wir rücken das. Der VfL aus der Brücke ist sehr stark in die Saison gekommen. Zuletzt ein bisschen geschwächelt. Drei Punkte aus vier Spielen. Was erwartest du? Ein schwieriges Spiel. Also wir haben letztes Jahr nicht gegen Osnabrück gewonnen. Zweimal verloren. Und ich denke, da sind wir noch uns selbst einige schuldig, dass wir das Spiel auch gewinnen und eine gute Leistung zeigen. Und dass das in dieser Liga gegen kein Glied einfach ist, wissen wir. Aber ich denke, wir sind selbstbewusst genug zu sagen, dass wir das Spiel gewinnen. Vor allem erinnern wir uns noch in deinem Traumtor gegen den VfL, auch wenn es am Ende nicht zu Punkten gereicht hat. Janni, letzte Frage. Silvester, wie hast du es verlebt? Ich war zu Hause mit meiner Freundin mit meinem Hund und viertelacht zwölf war dann gut. Ich bin schlafen gegangen und konnte ein bisschen abschlafen. Du hast gute Laune, das freut uns. Die wollen wir auch auf dem Platz sehen. Viel Erfolg, Janni. Danke.